hallo und herzlich willkommen mein name ist antimythos und wir spielen wieder oxygen not included und ghost man ist hier nur am ryan das ist sehr schön wir bringen sie nicht mehr dazu zu essen da war doch letzt mal irgendwas ich meine die wird jetzt sterben und dann ist das hat erledigt kann man nichts mehr tun eigentlich wenn wir nicht essen gehen will wenn ihr nicht ja dann reihe hat alles voll super weißt du essen ist ja da du müsstest hat bloß hingehen und was essen ich hab ganz einfach so dämlich ehrlich kopieren wir jetzt erst mal das hier runter dass noch mal jemand genau sich hinlegen kann da muss ich jetzt natürlich auch überall wischen weil jetzt überall kotz herum liegt möglicherweise überall so schlimm ist ja nicht hier oben liegt ein bisschen wird die reihe hatte es waren da oben ist übelst warm aber wie der grabstein nicht fertig wird gibt es doch nicht so wie sieht es dann aus alle mega ich stress schon wieder unter dem system möchte ich nachgelassen aber so um aufpassen und ich habe mir überlegt ich werde nicht hier hinten so ein sammelbottig machen sondern ich werde tatsächlich von hier oben ran gehen der plan ist dann folgendermaßen würde ich hier einfach ein loch in graben so hier noch in graben von hier an die luft kommen muss man das gucken wo war das hier an war eigentlich im grunde genau hier so easy easy genug dann machen wir das einfach so und dann ist es gut hier genauso ist ein sehr langer weg zu holen aber naja der die sache ist nämlich ich möchte nur eine gewisse menge an wasser haben weil da wird er machen 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 wird aber ich irgendwann voll sein da kann ich eigentlich ganz einfach bloß hier unten aber passiert dann graben die so durch so zock zack dann kann sich hier vorne mal abholen und dann ist hier mit dem wasser so nicht so bekloppt das geht schon irgendwie ist ein langer weg bis ich mir was anderes habe einfahren lassen weil ich habe keine lust eigentlich auf dieses anderes ist das prinzip dahinter sie meintet erst mal so dann kann man eigentlich auch gleich wenn man schon dabei ist hier so ein stück wegmähen und hier eine leiter einbauen das einzige blöde ist jenes in diesem schleimgebiet was eigentlich nicht mein ding ist das frage ich mich warum ist das nicht zugänglich ach so deswegen ist es nicht zugänglich na gut das macht den denk ich denke schon dass das irgendwie sinnvoll ist dass es nicht zugänglich ist machen wir das mal machen wir denn jetzt so hier ist mein loch beziehungsweise ich mache ja erst mal so kann ich das wasserstoffzeug nach oben treiben lassen so sauerstoff sauerstoff sieht schon mal ganz gut aus jetzt aber hier unten das gebaut haben das verteilt sich ja dann alles noch so mehr oder weniger in die richtung wo es dann hin muss es ist ein bisschen kompliziert gemacht ich werde alles noch mal noch mal komplett anders machen also wie das jetzt läuft funktioniert nicht so gut genug so ja nicht eigentlich deswegen muss ich da noch mal daran arbeiten wir haben möchte stress dann hast du dann was tust du dann dann hat er dann also der wenn du wirst du verschwinden auch wenn du gerade so schön abschillst tut mir leid aber ich muss so zusehen dass dann auf diese verdammte bank sie dahin legt damit endlich abschillen können und dann wird aufhören ja dem homsterrad um zu wuseln wird jetzt auch die bank hier oder löst erstmal warte die natürlich hoch hier sind verdammt warm richtig ja das ich muss hier wirklich noch ein bisschen mehlholz püsterich aufstellen die ist hier bei 15 grad das eigentlich in ordnung so dann werden wir mal hier noch ein paar von den blumenpöten hinschmeißen an für sich reichte der war die nur in die oberste reihe stellen müsste eigentlich reichen weil die ja hier oben die kälte barriere wie soll ich sagen die kälte barriere aber wie auch immer ihr wisst schon was ich sagen will ich glaube ihr wisst es ich glaube zu wissen dass ihr es wisst dann zerlegen wir hier vorne mal ein bisschen was ja die ganzen alten nahrungsdinger verfaulen die essen wird nicht schnell genug da war jetzt ein bisschen sauerstoff haben habe ich mir überlegt ich werde hier vorne erst mal graben dass sie das hier daraus kann wenn er schon dabei sind ein klub mir auch mit weg so da war jetzt unser wasserproblem demnächst gelöst haben noch haben wir ein bisschen na hier mit dem ganzen hier dann werden wir nämlich die sind ist doch hier so ein sanitärteil genauso ein sanitärteil kann ich nicht immer weil die pflanze im weg ist oder so ich habe keine ahnung ich war da einfach mal bist du so weit ist noch hätte der mit dem wasser so stress ja ich sehe das hoch ist nicht so als würde ich das nicht sehen dann dürfte ich ja nicht mehr so viel haben 49 kopieren wir müssen mal schauen dadurch dass jetzt nicht gekocht wird im augenblick müsste der stromkreis trotzdem überlastet sein naja gut wir haben drei mal 240 sind 600 sind 780 immer müsste noch hier eigentlich einmal müsste noch hier normalerweise zielt generation nicht mehr drin das heißt sie kann theoretisch gesehen noch in der stress weg bank hinstellen erst mal wir werden nicht sehen ob die ganze die ganz abschmiert hier oder nicht ja unsere kabel kaputtieren wir werden gleich merken hier sind aber auch gestresst meine jüte hier ist ein bisschen eklige wasser runtergefallen was macht er die ganze zeit ah donner gräb wenigstens wer hat eigentlich herald hat kein immunsystem nails lässt nach da muss ich jetzt ganz ganz aufpassen und wir haben ultra hohen stress warum bist du so gestresst keiner weiß es war machen wir mal hier wieder die bank hoch auf irgendwas in der 78 80er du jetzt mal runter was machst du denn hier hör mal für so umzuspassen geh zu weil da oben weil ich nicht schon hatte problem alter 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 meine hüte ernsthaft man so hier wischen der plan geht nicht ganz offen das verhalten ist echt seltsam vom sauerstoff das sollte eigentlich wenn das hier drin ist hochtreiben weil das ja sich verbreiten sollte eigentlich dann legte die maschine umdrehen könnte ich kriege aber auch jeden verdammlichen stress nicht mehr runter das ist echt widerlich erhebt da keine richtigen räume hier keime sieht bei uns wird ausnahmen deko deko ist teilweise ein bisschen grauenhaft hier da muss ich erst noch ein bisschen nacharbeiten erst mal alles zu tapen hier mit dem zeug damit die wieder ein bisschen naja dekoration drin kommt in die hütte zumindest ein stück weit so habt ihr spaß müsst ihr machen so doch mal wie auch immer hier sind hohen stress hat jetzt noch diese dämliche stress bank ist natürlich doof wenn man wir mehr verbrauchen als wir produzieren können uns jetzt mal so anschauen wir haben 800 und verbrauchen knappe 900 bis 1000 für die alten bänke das problem ist auch dass der stress so schnell steigt dass man dass ich dem ganzen nicht mehr entgegenwirken kann was ich jetzt mal machen kann für den augenblick wäre dieses system hier anzuschließen das hier einfach mitzunehmen den stromkreis mit einzubinden ich habe lieber lieber ein bisschen mehr kabelverbrauch als andere da kann ich nämlich auf die hamsterräder verzichten dann mein genie nehme ich an oh weia 14 duplikants die nur am rumheulen sind hier 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 das war die hamsterräder ausnahmen dann haben wir hier nämlich das problem nicht mehr er kann ich hier du klick auswählen erst mal dann gucken wir mal wen könnte man denn die brauchen bio gefährdung ist ja richtig doof das ist alle bitte doof allemann doof ich möchte kinder schneicht allemann doof mit dem schneichen ist ziemlich ungünstig auf jeden fall so wir müssen jetzt die euren bänke dauerhaft laufen eigentlich so dass jetzt immer vier durchgehend sich retten können dadurch dass die deko jetzt wieder ansteigt der sauerstoff er noch da ist müsste das eigentlich die sich wieder in wieder erholen selbst immunsystem erholt sich obwohl sie da oben eigentlich einen auftrag haben klasse mit dem wasser erst mal so und werde dann später vielleicht zurück geht hier so habe das wasser vielleicht hier so runter tropfen lassen und dann hier vorne von becken machen hier so bin tropfen lassen zum beispiel das wäre ja keine so blöde idee da muss ich dann erst mal gucken wir lassen es erstmal so wie es umständlich ohne ende und dann schauen wir einfach mal okay 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 langsam sinkt der stress langsam muss den stress so weit drücken dass der wirklich unter 20 fällt dass man das sieht doch lohnt hier ich möchte dass die wegwischt bei dorsten mann hat ja auch nicht in your riot wir hatten es auch so viel gut dann haben wir hier diese dann haben wir hier diese dann möchte ich nur noch dass diese öl dingen diese öl dingen wasser nach wasser nach oben bringt ja irgendwann öl nach oben bringt also diese dinge im endeffekt wird noch mal interessant weil wir müssen erst mal kicken wie das jetzt funktioniert hier unten weil ich hab das ja jetzt alles so gebaut dass wir das für einen anritt benutzen dann müsste man rein theoretisch einfach nur diese pipe hier kann ja hier mal das zelligen das ist ja nur die öl die die petrolium leitung ne ja so die petrolium leitung kann weg die gas leitung und kann weg so man sind erledigt haben dann kann ich erst mal gucken dann kann ich die die batterien wegnehmen und die tüte noch alles entsparen wieder eine ganze menge material weil wir brauchen wir alles nicht mehr guck sie dir an wie sie lohnt diese lose rennen und alles weg gruppen hier ich weiß jetzt petroleum liegt jetzt da halt die wärmeunterschiede das ist einfach genial das hat sich schön abgekühlt musik sagen ist echt cool ich suche jetzt trotzdem alles noch ein bisschen zu wischen was wir wischen können ok jetzt mal ganz kurz schauen da brauche ich jetzt nämlich das wasserrohr die öl leitung sozusagen die stecke jetzt nach oben da kann ich gleich noch mal von dabei sind die zerlegen hier ist noch ein stück rohr dann kann ich eigentlich mal einen augenblick das hier ausstellen damit der rohe leer wird da kann man nämlich wieder abbauen das bringt nämlich irgendwie null haben wir ja schon gemerkt dass das völliger quatsch ist jetzt müsste trotz dessen das wasser nach oben fließen muss ja bloß leer werden am endeffekt weil das rohr leer ist schließe ich das hier wieder an wie es sich hier hört und schicke an der seite ein anderes rohr hoch das ölrohr das muss ich aber erst mal ganz kurz gucken das ölrohr das muss hier hinten hin eigentlich eigentlich reicht das wenn ich das hier quer durch alles durchschiebe das heißt sanitär sanitär einfach mal sagen straight durch war einfach straight durch in etwa so einfach durch ist hier immer rinder liebe linda dann können wir das nämlich einfach hier anschließen dann ist das schon mal hier erklärt und dit hier geht dann hier rin klingt eigentlich ganz gut also die ölpumpe ist mit einberechnet in dit wat wir machen die dinger sind mit einberechnet er ist mit einberechnet das einzige problem ist halt der andere öl ding da unten diese ölmaker teil das ist noch nicht ähm legit sagen wir mal einfach ne so dann stellen wir hier mal die stresswerkbänke mal ein stück runter so auf die sagen wir auf 26 erst mal und kopieren sie über die anderen damit die wieder rufieren alle weil mittlerweile ist der stress endlich wieder runter endlich gut dann hoffe ich dass es euch gefallen hat wenn ja lasst doch ein like da ihr könnt mich auch gerne abonnieren damit ihr euch mal verpasst und ihr könnt auch gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das ganze so findet und so weiter und ja dann hört ihr mich bei der nächsten folge bis dahin auf wiedersehen